Musik 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 Hallo und herzlich willkommen, ich bin TomTV Willkommen zu einem neuen Vlog, heute haben wir das Spiel Gucken wir mal wie es ausgeht Ich hoffe wir gewinnen und dann viel Spaß mit dem heutigen Video Leute Musik 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 скорuben die Musik 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 ativos Musik 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 enforcement Musik Wir sind gleich hier bei TobiTV, bespricht der Loja, sein Friseur und die Double Shooter und wir schauen mal, was er macht, die 20 und jetzt, bumm, jawohl, 40 Euro, nicht schlecht, 40 Euro, hallo, das ist der Lothar, das ist der Friseur, so meine Damen und Herren, jetzt wird es hier ganz ein, TobiTV ist wieder live dabei, Tobi wirft selber, er muss machen, jawohl, Doppel 20 und er ist der Gewinner und die Doppel 10 macht er erst, meine Damen und Herren, nein, leider nicht, so, wir sind letztes Mal jetzt live dabei, TobiTV, Tobi wirft selber, trifft er die Doppel 10, daneben, Ja! Super Tobi, super Tobi, hey, hey! Hey! Super Lothar, Super Lothar, super Lothar, hey! Hey! Super Lothar, Super Lothar, hey! 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 Dreimal! Dreimal macht er die Acht! Super knapp! Alter! Dein Ernst? Dein Ernst? Dreimal! Macht er das Ding! So, das war's dann auch von dem Spiel, was wir da hatten. Und ich hab leider gestern noch vergessen, irgendwas weiteres aufzunehmen. Aber wir haben gewonnen, ihr habt's gesehen. Ihr habt meinen Doppelzehn gesehen, die Doppelzehn war drin. Nice! Endlich war wieder ein Sieg! Lothar auch super hier schmissen, alles super hier schmissen. War einfach nice! Und, ja, moin! Da würde ich einfach sagen, haut rein, Leute! Bis zum nächsten Mal wieder, euer TurmTV! Und tschüss! Wenn es euch gefallen hat und ich von jedem Spiel so ein Video machen soll, schreibt's einfach mal in die Kommentare! Hashtag DAT in die Kommentare, Leute!